Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 3 des Adventskalenders mit Mamako, also mit mir. Ich habe heute zur Feier des Tages mal den Haar Ralf wieder aufgesetzt. Man sieht ihn nicht richtig. Ich bin extra jetzt ein Stückchen nach hinten gerutscht, damit ihr ein bisschen was davon habt. Das heutige Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, habe ich gerade aus dem Schrank geholt und schon einige Tage nicht mehr benutzt. Deswegen hat sich das abgesetzt und man kann ganz gut sehen, wie viel bzw. wie wenig nur noch da drin ist. Es geht um eine Foundation, die ein absoluter Favorit von mir ist. Ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Erstmal zeige ich euch das Produkt an sich. Das ist die Estee Lauder Double Wear Foundation. Ihr seht, wie viel oder wie viel da raus ist. Also wie wenig da nur noch drin ist. Ungefähr die Hälfte habe ich davon schon verwendet. Ich finde, man braucht nur sehr wenig davon. Also man hat richtig lange was davon, aber es ist natürlich auch ein High-End-Produkt, was entsprechend pricey ist. Also relativ teuer bekommt man in Parfümerien, nicht in der Drogerie. Ich habe hier die Farbe 3W1 Tawny. Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich die passende Farbe für mich gefunden hatte. Es ist eine große Farbauswahl, die man da hat. Man sollte aber wirklich in die Parfümerie gehen und vielleicht mal swatchen am Hals, hier im Gesicht, auftragen, ob die Farbe passt, bevor man sich sowas einfach im Internet bestellt, beispielsweise, ohne zu wissen, welche Farbe da kommt. Weil dafür ist sie definitiv zu teuer, um so einen Schuss ins Blaue zu machen. Aber was mich an ihr so überzeugt, ist, dass ich sie sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Beautyblender einarbeiten kann. Sie ist eine super Basis, die sehr deckend ist. Aber auch, also man kann sie auch Schichten an gewissen Stellen, wenn das dann immer noch nicht reicht, obwohl sie eine hohe Deckkraft hat, kann man das auch Schichten an gewissen Stellen, wo man sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Deckkraft. Ich finde sie super tragbar. Sie hält den ganzen Tag. Sie macht ein tolles, ebenmäßiges Hautbild. Ich hole sie immer dann raus, wenn ich irgendwas Besonderes vorhabe an dem Tag, also entweder eine Feierlichkeit oder ich weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs und komme erst am Nachmittag irgendwo an und da muss sie noch sitzen und gut aussehen den ganzen Abend. Und dann entscheide ich mich für die Double Wear Foundation immer eigentlich. Die hat einen Schutzfaktor von 10 drin, sehe ich jetzt gerade. Wollte ich auch noch dazu erwähnen. Stay in Place Makeup. Das, was draufsteht, ist auch drin. Die bleibt an Ort und Stelle. Die verrutscht nicht. Und was das ganz Besondere ist an ihr, es ist bisher wirklich die einzige Foundation, die ich habe, die nicht abfärbt. Und wenn ich eine Rolli trage, ich kann auch einen weißen Rolli tragen oder einen Schal umtun oder so, man verblendet die Foundation ja immer so ein bisschen hier am Hals runter, ne, dann färbt es ganz gerne ab. Gerade bei Blusen, bei Rollis, bei etwas höher geschnittenen Pullovern hat man immer so einen Rand oder auch an Jacken oder so. Das passiert euch mit dieser Foundation nicht. Das ist auch der Punkt, der sie für mich nochmal extra besonders macht. Lange Haltbarkeit. Sie verrutscht nicht. Sie macht ein tolles Hautbild. Sie färbt nicht ab. Das ist so. Oh mein Gott. Und ich glaube, viele von euch kennen sie schon, weil es sie schon viele, viele Jahre zu kaufen gibt und viele schon überzeugt hat. Und ich weiß, dass es von vielen auch ein Favorit ist. Ja, und deswegen habe ich gedacht, gehört das dritte Türchen ihr. Sie ist es wert, gezeigt zu werden, auch als Favorit vorgestellt zu werden. Ja, würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr sie auch zu Hause habt und auch so toll findet wie ich. Ich glaube, ich glaube, jetzt kommen nur Kommentare, positive Kommentare, die sagen, ey, du hast recht. Ich habe sie auch. Also jeder, der sie schon mal verwendet hat, ist, glaube ich, begeistert von ihr. Ich kenne noch keinen, der sagt, die ist Müll. Weil ich nicht glaube, dass es jemanden gibt, der sie für Müll hält. Okay, das war's schon. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen vorbeugen und seht ihr mich ganz. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen zum vierten Türchen wieder einschaltet. Türchen. Ich sage immer Türchen, weil meine Mutter immer Türchen gesagt hat. Türchen heißt es. Also wenn ich mich da mal vertue, nicht böse sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen zu Türchen Nummer vier wieder mit dabei seid. Tschüss.